So Leute, hier ist euer Flo MC, ich bin heute Trainsavolt 4. Ich sag nur die Ansagen und ja, nur die Ansagen sag ich und sag ich jetzt viel Spaß mit diesem Königin Like Outer lassen. So viel Spaß mit diesem Video, wir fahren, ähm, glaub, in Dresden bis Flughafen Dresden, ne? Sind es in 9 Minuten, ne? Und sag ich jetzt viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nach Flughafen zurückbleiben, bitte. Vielen Dank. 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 Bye. 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 die fahrgäste für die zugene schiene fahrgäste aufgrund nach einer störung bei fährt dieser zug bis in dresden-neustadt ab dresden-neustadt fertig ist zurück zu dieser zug zurück nach dresden nach prima die die richtung richtung flughafen bitte fahren die dann mit den ersatz bus ab dresden-neustadtstraße dresden-neustadt diese fahrt endet dort und dieser zug fährt wieder zurück nach prima richtung flughafen fahren sie mit den ersatzverkehr mit bussen ab neustadtstraße dieser zug endet hier pedalaussteig dieser zug endet hier medalaussteig dieser zug endet hier bedalaussteig Dieser Zug wird zurück nach Prima.